Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Lucia Dragon Mary So, da leider das Paket ist offen. Die Buffy wird mir beim Auspacken helfen, hoffe ich. Wir haben Plastikfolie. Ui, da sehe ich was Tolles. Ich sterbe. Jetzt habe ich Tränen in den Augen. Ui, ist das toll. Ich liebe Drachen. Ah ja, ich habe ganz vergessen dazu zu sagen, das ist das Paket von der Ratzenbande. Ich habe bei dem Gewinnspiel gewonnen, den ersten Platz gemacht. Tauschpaket. Es steht auch bestimmt in der Beschreibung. Oh, mir fehlen gerade die Worte. Oh, ich liebe Drachen. Danke. Ich habe auch ein bisschen was gezeichnet, so eine kleine Ratte. Aber klingt das? Nein. Oh mein Gott. Ist das toll. Das hänge ich mir gleich in die neue Wohnung auf. Ich bin verliebt. Da muss ich noch üben, ja? Eine kleine Ratte. Für Dragon Mary. Ich habe einen ausgedruckten Brief geschickt. Ich habe es mir einfach gemacht. Meine Schrift kann keiner lesen. Hallo Lucia. Nun sind meine Sachen endlich für dich angekommen. Ich hoffe, ich habe das Richtige für dich ausgesucht und sie gefallen dir. Zusätzlich habe ich dir noch eine kleine Zeichnung mit dazu geschickt. Oh, die ist toll. Viel Spaß beim Auspacken wünscht dir die Ratten Sidney, Balou, Zeus, Poseidon und Ares. Hamsterfussel, Katzenala und natürlich ich, Alina. Das ist toll. Das ist lieb. Ich werde euch ihren Kanal verlinken in der Videobeschreibung. Puh, mein Herz geht gerade von dem Bild. Das ist super. Oh mein Gott. Ich liebe Drachen. Ähm. So. So. Ich habe ihr ja eine Reihenfolge gemacht. In welcher Reihenfolge sie es auspacken sollte. Sie hat keine, aber das ist auch nicht so schlimm. Oh. Oh. So. Oh. So. Ich hoffe die Größe passt. Kann man das lesen. Ich wollte es eigentlich nicht aufreißen. Okay. Oh je. Tut mir leid. Ich muss aufreißen. Sonst wird das Video zu lang. Ah. Kerbel. Mein Akku ist fast leer. Wie schrecklich. Oh je. Muss ich mich wirklich dumme. Ich bin wieder Plastik. Also für die Meerscheinchen passt es bestimmt. Auch wenn die Vicky vielleicht nicht durchpasst. Naja. Oh ja. Die macht sich schlank. Die schaut nicht so aus. Eine Kerbel. Kräutertunnel. Ich muss mich leider sputen. Der Akku. So. Das haben wir also noch etwas. Okay. Sie sind EAG. Lasst euch schauen. ob das auch die wiki fressen darf. Oh, da stand bestimmt was drauf. Moment, 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 nein, stand nichts drauf. Da steht was drauf. Da steht dann drauf. Etwas zur längeren Beschäftigung. Ah, Petersilie, das heißt die wiki darf es nicht. Wiki ist, also mein Wärscheinchen, die wiki ist auf Diät, weil sie Blasensteine hat. Da muss man ganz toll aufpassen. Aber ich kann sie auch zu der Zeit rausnehmen und mit anderen Leckereien verwöhnen. Da steht auch was drauf. Etwas für die Froschis. Nein, jetzt bin ich aber gespannt. Meine süßen Franken Froschis. Oh, ein Felsen. Ja, der wird sich dann gut machen. Ich kann es euch schon verraten, ich bekomme wahrscheinlich ein zweites Aquarium. Schauen wir mal, wer das dann kriegt. Ob die Froschis kriegen oder die Fische. Kamera läuft immer noch, das ist super. Ja, wieder mal super top vorbereitet. Kamera perfekt, nicht aufgeladen. Das ist für die Buffy. Oh, Huhn und Reis, das würde sicher schmecken. Huhn hat sie gern. Geflügel, so wie ich. Wir haben beide gern Geflügel. Ja. Leider kenne ich mich zu wenig mit Katzen aus, dass ich der Nale hätte irgendwas Leckeres mitgeben können. Aber ein Spielzeug wird hoffentlich auch gehen. Blütenträume, die Firma kenne ich nicht, gibt es bei uns wahrscheinlich, also bei uns ist es gut, in Österreich glaube ich gar nicht. Ich habe auch Kräuter eingepackt. Ja, das wird hoffentlich die Vicky auch fressen dürfen. Ah, jetzt habe ich wieder nicht gelesen, ob was draufsteht. Ich bin so flott unterwegs. Ah ja, das war jetzt das, was für die Froschis. Ich werde da nochmal nachschauen, bis ich gar nichts vergesse. Hm, was zum dick machen. Ein paar kleine Klickmacher, Erdnüsse und Kürbis, kleinen Mix. Ich glaube das vorletzte, wobei ich mich vor dem letzten etwas fürchte. Da steht nichts drauf. Das wird eine Schüssel sein. In meiner Schüssel Sammlung. Grün. Ich mag Grün. Und Orange. Wenn man das sieht. Na ja, was sind das? Blumen. Blumen. Sonne im Kleckse. Zolups. Ja, steht da auch. Buffy, ich bin noch gar nicht fertig mit dem Auspackvideo. Kannst du noch nicht gehen. Ich muss noch da bleiben. Du hast übrigens auch was gekriegt, Buffy. Danke, das ist hübsch. So. Das Füllmaterial ist mir wesentlich lieber. Milka, da ist bestimmt Milch drin. Ja. Na ja, das konntest du nicht wissen, aber ich bin ein Verfechter von Milch und Rindfleisch und Feinefleisch und alles was mit mir verwandt ist. Wenn es dich nicht stört, ich werde es an meine Familie weitergeben. Die essen das nämlich. Hoffe ich. Na, irgendwer bestimmt. Ja. Trotzdem danke. Es war lieb gemein. So Buffy, magst du noch mal in die Kamera schauen bevor sie rausgeht? Na komm mal her. Komm her. Na, nicht hinter der Kamera. Buffy, du bist schlimm. So, da ist die Buffy. Schaust du in die Kamera? Ja. Super. Ich hoffe sie ist drauf. So. So, das sind die ganzen Sachen die ich bekommen habe von der lieben Ratzenbande, außer die Buffy. Die war vorher schon da. Die habe ich jetzt ein bisschen genervt. Super machst du das schon. Sie ist umgefallen. Oh je. Die. So, jetzt sind es wirklich alle Sachen. Ohne Buffy. Ja. Kann ich mich noch ganz recht herzlich bei dir bedanken liebe Ratzenbande. Besonders bei der Zeichnung. Oha. Die ist so schön. Da ist mir dann noch aufgefallen beim Wegräumen bei der Buffy. Bei den Leckerli stand noch dabei eine Kleinigkeit für Buffy. Und jetzt sind das Smiley glaube ich. Ja. Vielen lieben Dank für die Sachen. Und für die Zeichnungen. Oh ist das toll. Ja. Dann hoffe ich mal, dass euch mein Video gefallen hat. Und dann sage ich mal Tschüss bis Montag. Das schmeckte sogar. Wahnsinn. Buffy dir schmeckt nochmal was. Oh. Ja. Hab dich lieber.